Heute was geht? Neue Eventwoche in GTA Online. Wir haben 4-fach Geldbonus und einige Rabatte und deswegen gehen wir auch gleich rein. Aber davor natürlich erstmal die Grüße. Und zwar geht ein fetter Gruß raus an alle Kanalmitglieder auf der höchsten Stufe. Agerefo1, Zoomsternkopf, Finn, Baske und Köpenick. Sogar zwei neue Mitglieder diese Woche dabei. Vielen, vielen Dank euch allen. Dann jetzt nochmal ein dicker fetter Shoutout an Agerefo1. Der Mann ist nicht nur Kanalmitglied auf der höchsten Stufe, sondern hat auch einen 30€ Superthanks dagelassen. Völlig crazy. Alter, holy shit. Vielen, vielen Dank, Mann. Und außerdem auch nochmal ein Shoutout an Zoomsternkopf. Der ist auch nicht nur ein neues Kanalmitglied auf der höchsten Stufe, sondern auch der hat einen fetten 10€ Superthanks dagelassen. Auch dir vielen, vielen Dank, Mann. Alter, was geht ab? Und es gibt noch einen und zwar den Ehrenbruder Karim079, der ebenfalls einen Superthanks unter dem letzten Video dagelassen hat. Auch dir vielen, vielen Dank. Was war denn letzte Woche los, Mann? Holy shit. Danke für den fetten Support. Es darf ja nicht nur ums Geld gehen. Natürlich muss auch noch ein bisschen Spaß dabei sein. Witz der Woche kommt jetzt von Sparricks und zwar sitzt ein Mann im Stehcafé. Das war's, Jungs. Keiner Joke, oder? So, und jetzt als letztes Announcement, bevor es wirklich in die Eventwoche reingeht, natürlich hier noch der Hinweis, Freunde. Heute Abend, ab ca. 21 Uhr, bin ich mal wieder live auf Twitch, also kommt gerne vorbei, Mann. Link zu Twitch ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Lass schon mal ein Follower da, dann verpasst ihr nichts. So muss es sein. Und jetzt geht's rein in die Eventwoche, die euch heute natürlich mal wieder präsentiert wird von... Easy Stretcher Shop. Eine Perle der Natur. Genießen Sie es. Link in der Beschreibung. Kuss. So, wir haben fette Geldboni auf nicht so mega gute Sachen. Und zwar 4-fach Geldboni, was wir wirklich gefühlt nie haben, aber eben nur auf die Taxi-Arbeit. Was ganz lustig ist, macht das auf jeden Fall. Ihr werdet damit jetzt nicht steinreich werden, aber auf jeden Fall mal ausnutzen, mal 4-fach Geld. Wir haben 3-fach Money auf die Open Wheel Rennen, was ziemlich geil ist. Also die ganzen Formel 1 Rennen einfach mal machen. Das werden wir auf jeden Fall auch im Stream heute Abend zocken. 3-fach Geld nimmt man mit. Die Rennen machen auch wirklich Bock. Und es gibt auch noch 3-fach Money auf die RC Bandido Races, die sich ja täglich ändern. Und da kann man jeden Tag richtig gut Cash-Hits mitnehmen. Also das ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Und wir haben noch eine wöchentliche Challenge. Und zwar sollte man 3 Open Wheel Rennen gewinnen, um nochmal obendrauf 100.000 Dollar zu bekommen. Und noch einen coolen Rockstar Racing Anzug, was ziemlich geil ist. Also macht die Challenge auf jeden Fall. Wir kommen zu den neuen Inhalten. Und zwar haben wir beim Schrotthandel natürlich neue Raubüberfälle. Und zwar einmal den Cargo Raub mit dem Grotti Italy GTO Stinger TT, den Gang Raub mit dem Vapid Dominator GTT und den McToni Raub mit dem Dinka Blister Kanjo. Leider keines dieser 3 Fahrzeuge dieses Mal zum Behalten. Bei Luxury Autos stehen da die Klassi Vigero ZX Cabrio und der Galivan Tabala STD. Nach wie vor STD einfach ein richtig geiler Name. Bei Simeon stehen da Dundra Landstalker XL, der Schister Deviant, der Ubermacht SC1, der Ubermacht Zion Classic und die Western Wolfsbane. Dann natürlich noch schnell zu den Zeitrennen, Freunde. Das normale Zeitrennen ist das LSIA 2 Zeitrennen. Ich glaube, das heißt auf Deutsch Flughafen von Los Santos Rennen. Nummer 2 eben. Das HSW Zeitrennen ist das Del Perro Beach Zeitrennen. Und natürlich, Leute, denkt an die täglich sich ändernden Junk Energy Zeitrennen. Und natürlich auch an die RC Bandido Rennen, die ja diese Woche sogar Triple Money haben. Und das war gerade für Anfänger richtig stark. Wir haben jetzt einige Fahrzeugrabatte. Immobilienrabatte haben wir diese Woche leider nicht. Ja, es kann nicht jede Woche so unfassbar geil sein wie die letzte Woche mit Nachtclub Geldbonus. Aber dann noch einige Fahrzeugrabatte dabei. Und zwar 40% auf den D-Klassi DR1, auf den Progen PR4 und auf den Ocelot R88. 30% auf den Bravado Banshee, den Buckingham Maverick, den Dundra Landstalker XL, den FH1 Hunter, den Grotti Stinger, den Sea Sparrow, den Shih Tzu Squallow, den Ubermacht SC1, den Ubermacht Sion Classic. Also wirklich einige verschiedenste Autos und andere Luftfahrzeuge etc. dabei. Nutzt das aus, vielleicht ist da irgendwas dabei. Gönnt euch auf jeden Fall. Und wir haben natürlich noch einen weiteren Rabatt. Und zwar beim Waffentransporter. Diese Woche 30% Rabatt auf das Maschinengewehr. Gönnt euch. Kommen wir jetzt noch zum Podiumsfahrzeug. Natürlich müssen wir uns das Podiumsfahrzeug auch noch angucken diese Woche. Der Benefactor BR8 steht da. Und der würde euch normalerweise tatsächlich 3,4 Millionen Dollar kosten. Also gerade diese Woche wirklich jeden Tag hingehen, ausnutzen. Versucht euer Glück. Es lohnt sich. Und zu guter Letzt natürlich das LS-Kamit-Preisfahrzeug. Dort steht diese Woche der Willard Eudora. Der würde euch normalerweise auch ein bisschen über 1,2 Millionen kosten. Um den zu bekommen, müsst ihr einfach 3 Tage in Folge unter die Top 3 in einem LS-Kamit-Rennen gelangen. Kann man machen. Gönnt euch auf jeden Fall, falls ihr Bock habt. Testfahrzeuge im LS-Kamit sind der Albany Alpha, der Grotti Stinger und der Pegassi Infernus. Und das Premium-Test-HSW-Fahrzeug ist der Karin Vivantin. Und damit, Freunde, war es das dann auch schon wieder bei der heutigen Event-Woche? Ja, es ist nicht die krasseste Woche. Aber wir haben vierfach Geldbonus, was einfach cool ist. Das haben wir nicht oft. Gönnt euch da auf jeden Fall. Wir haben wirklich einige Fahrzeugrabatte. Aber ja, dennoch ist es kein geiles Unternehmen mit Bonus dabei. Es ist kein Immobilienrabatt dabei, was ein bisschen schade ist. Dennoch, wie gesagt, es kann nicht jede Woche so wie die letzten Wochen laufen. Deswegen auf jeden Fall, macht das Beste draus. Ich wünsche euch viel Spaß, Freunde. Ich hoffe natürlich, dass ich nichts Relevantes vergessen habe, was die Event-Woche betrifft. Falls doch, lasst es mich gerne wissen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, natürlich gerne einen Daumen nach oben dalassen. Das würde mich wie immer sehr supporten. Noch mehr supporten könnt ihr mich natürlich auch noch mit einem Follower auf Twitch, Follower auf Instagram etc. Schaut gerne meinem zweiten Kanal vorbei. Ihr wisst alles, was zu tun ist. Alles steht unten in der Videobeschreibung, was wichtig ist und was auszuchecken ist. Dann würde ich sagen, viel Spaß diese Woche mit GTA. Macht's gut, ciao, ciao.